Der Kopf weiß, wie es geht, aber der Körper tut schon nicht mehr so weh. Es braucht keine Angst haben, dass ich mich jetzt wieder in die Pfosten reinstehe. Vielleicht beim Training das eine oder andere Mal, aber ansonsten weiß ich schon, wie alt ich bin. Es hat riesen Spaß gemacht, es ist doch etwas ungewohnt, weil ich jetzt vier Jahre lang keine Handschuhe angehabt habe, bis vor zwei Wochen, als ich mit trainiert habe. Ja, und für die Austria-Fans ist es mir wirklich wert, dass ich meine Hand gezogen habe. Und ich glaube, es hat allen Spaß gemacht und vor allem, es hat der richtige gewonnen. Dass wir die Gas geben, whom ich in der Welt zurückge prêt und gleiche, der wir auch hierher, in denemarschauen, und in den Binhning. Deine Herr Köln ist hier. Der Sie einfachen solle und den Schöneing. Untertitelung. BR 2018